Läuft bei mir! Wir geben dir einen kleinen Einblick zu den Möglichkeiten, die du dir mit Amazon Alexa für PC in dein Zuhause holst. Bleib immer auf dem neuesten Stand, dank der vielseitigen Dienste von Amazon Alexa. Dank Alexa erhältst du ganz einfach per Sprachbefehl nützliche Informationen, kannst die neuesten Nachrichten abhören, aktuelle Wettervorhersagen erhalten, deine persönlichen To-Do-Listen erstellen lassen und vieles mehr. Das alles ohne einen Finger zu rühren. Besonders übersichtlich? Amazon Alexa für PC liefert dir nicht nur Antworten auf deine Fragen, sondern veranschaulicht diese zusätzlich durch eine Bildausgabe. Mit Alexa spielst du entspannt deine Lieblingsmusik über Sprachsteuerung auf deinem Notebook ab oder steuerst die Audio-Wiedergabe über andere verbundene Geräte. Lust, etwas Neues auszuprobieren? Amazon Alexa bietet dir auf Abruf eine Vielfalt an interessanten Rezeptvorschlägen. Such dir einfach ein passendes Rezept zum Einkaufen und Nachkochen aus, wonach auch immer dir der Sinn steht. Bleib immer in Kontakt mit deinen Kollegen, Freunden und deiner Familie. Dank der praktischen Videocall- oder Drop-In-Funktion rufst du schnell und einfach deine Liebsten an. Mit Amazon Alexa verbindest du dich spielend leicht mit deinen Medium Smart Home Geräten im ganzen Haus. Anschließend kannst du deine verbundenen Geräte bequem mit Alexa über Sprachbefehl steuern und prüfen. Wo auch immer du dich gerade befindest. Du hast noch kein Amazon Alexa für PC? Kein Problem! Mit unseren Alexa-zertifizierten Median Notebooks lässt sich Alexa für PC spielend leicht aus dem Microsoft Store beziehen. Einfach nach Alexa suchen und installieren. Bis zum nächsten Mal.